Wir haben in Vorarlberg fünf Landeskrankenhäuser. Meine Vision ist, so jemand wie der Tobias, die Katharina, die Tamara oder der Rudi es in Bregenz gibt. In allen Häusern muss es solche Leute geben, in allen Bundesländern, in allen Krankenhäusern. Diese Menschen bringen uns so viel Freude entgegen und so viel Wertschätzung, dass es toll ist, ihnen jeden Tag zuzusehen, wie sie ihre Arbeit verrichten und ich finde, das gehört in jedes Krankenhaus, das gehört in jedes Unternehmen und dann ist ein Unternehmen wirklich das, was es auszeichnet, wo Menschen gern sind, wo sie sich wohlfühlen und wo Inklusion dann betrieben wird.